so jetzt unser 14 uhr projekt zweimal vogelschreck batterie von blackbox zweimal thunder kong brutus von leslie parallel dazu eine rauchkometen batterie in purpur dann geht es weiter hier zur vorschlaghammer von röder in kooperation mit gau und mit einer roten rauchkometen batterie und dann zum schluss die titanium salute scream von tropic wieder mit einer rauchkometen batterie da wieder in purpur steht jetzt hier vorne die farbe genau sind wir gespannt hier bloß ein problem da gibt es keine ersatz zinschnur da gibt es keine ersatz zinschnur deswegen mussten wir jetzt ein bisschen improvisieren und mit der grünen glitze noch arbeiten wird wahrscheinlich dann relativ gleichzeitig auch noch schießen beziehungsweise übergang für dann gleichzeitig stattfinden aber ja sollte auf jeden fall funktionieren 12 uhr projekt hat super geklappt und jetzt geht es hier weiter so leute 14 uhr projekt salut und rauch let's go so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020